Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Plays Go New Journey Edition und Ach ist das nicht schön, kein Müll der hier steht Ist das ein Aschenbecher? Nein, ok Äh ja, wir haben ja jetzt ein Haus hier in Einsamkeit Nacht ist Einsamkeit echt leer, ne? Da sind echt alle in ihren Häusern, das ist echt unglaublich Ja, der Verrückte Kann ich schon auch in die ganzen Häuser gehen und einbrechen? Ich meine, das macht man ja nachts Meine Güte Hallo Mir steht nicht der Sinn nach einem Gespräch Ja, das war ja verbuggt Ja, ja, ja Ja Entschuldigung Entschuldigung Vitoria, Viki, ja, unsere direkte Nachbar Oh Äh, machen wir erstmal einen freundlichen Nachbarschaftsbesuch Das macht man dir als neuer Nachbar sich vorstellen Auch wenn die Nachbarn nicht da sind, Kinder Stellt euch trotzdem vor Genau so macht man das dann Huch Hallo Ich habe keine Zeit für Leute, die zu faul oder zu feige sind In dieser Welt ihren eigenen Weg zu gehen Ähm Da Fisch Mit zu sein Mh, 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 mh Tundra Blumen Äh, tolles Glöck Ja, ich darf scheinbar hier sein Das ist kein Verbrechen Noch mehr Essen Ein schräg gestelltes Bett Das verbraucht natürlich immer viel Raum Und Blühstaub Aha Naja Ähm Was machen wir jetzt Für eine Mission Science is suspicious elf Die machen wir doch mal gerne Da oben Yorgrim Ist jetzt noch nicht so weit weg Verlorene Hülde haben wir abgeschlossen Könnten wir schaffen in der Folge Wir sind ja erst mal vier Minuten Eieiei Was ist denn jetzt los Fährt Ähm Ja Natürlich Warum ist das Pferd jetzt plötzlich Ich hab das niemals In meinem Leben gekauft Ich bin jetzt gerade leicht verwundert Warum dieses Pferd hier ist Es ist gut Weil damit kommt man schnell In der Welt herum Aber Dann trabt's Äh Ähm 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 Also Nach dem kleinen Problem Können wir jetzt Roma Roma Wat Roma Hierin Wow Das ist eine schreckende Erfahrung Die Lorde sollten wirklich Verbrechen ihre Todes Obwohl Granted Es würde nicht Öpfen Urns Angehörigen Ehm Die Skeletons Must Have Surprised You Die Michi Frightening Du Wachst Oh Ich bin Ich bin Ich bin Wörter Das ist nicht Blut Auf Ich Es Es Makeup Nein Ich Entschuldigung War Pain Das Nicht Wachst Wachst Aber Du Depp Das Wachst 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 Ja, ich hätte das tun, aber es ist der Fall für die Gold in der Coffin. Nein, danke, ich habe das gemacht und würde nie von dem stehen. Ja, ich werde alles hier nehmen, ob die Däden mag es oder nicht. Ne? Ja, es ist wohl eher ein Dorn. Ich denke, sie können es noch nicht mehr spenden. Und wenn sie es könnten, was würden sie es noch nicht mehr spenden? Ne? Traps, wahrscheinlich. Obwohl, ich denke, die einzige Sache ist, dass Skeletons Angst haben. Der Name ist Rummarin, Professioneller, Bladrinder und Grapeller. Oh, ich habe eine Freundin, die in den Stabeln von Windhelm. Das ist dort, wo ich für die Zeit bin. Ich bin normalerweise alleine alleine, aber das ist weil ich insufferbar. Wenn bei Chance du willst, dass ich für eine gute Companion habe, dann könnte ich für eine gute Companion sein. Okay. 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 Ich bin normalerweise in den Stabeln. Ich bin normalerweise in den Stabeln. Ich bin normalerweise in den Stabeln. Und das ist immer so. Ich habe immer noch eine Stabeln. Ich habe immer noch genug Companions, um es zu funktionieren. Oh, wir könnten da ein Companion sein, aber da hätten wir noch einen. Would you classify yourself as a Witchblade or a Spearword, then? Do you know any other magic besides consuming weapons? Ach, hier, der ist Waffenbeschwörer. Ever seen an elf juggle three axes while conjuring a fourth? Tie a cherry stemming to a knot with their tongue? Now that's magic. Now, if you mean spells and things, that, I'm afraid, requires more than being born until ears-pointed skywalk. That requires, ugh, studying. What are the advantages of using only bone weapons? Stimmt, was ist der Vorteil von beschworene Waffen? Well, for starters, traveling live makes it easy to flee. Not that I would advocate running from the fight. No, best go back away slowly and have your friends interviewed. Well, there's the problem. I have skill, not strength. I have speed, but no stamina. I mean, look at me. I'm rather delicate. I'm surprised I can lift anything at all. Stimmt. No, I can't compare to them. Unless by illusion you mean hiding the dagger in my sleep. Not unless by alteration you mean covering my nose around beggars. Or by destruction you mean what time does to love. I consider myself more of a blacksmith. Oblivion is my forge and conjuration my heart. You wear the ropes of a college mage. You wear the ropes of a college mage. Not quite. These are actually a cheap imitation. Woven and enchanted to look like their more esteemed counterparts. The point is to convince naive patrons the enchantments were performed by a master. They are not. Well, consider the fact that bandits are twice as naive as the average customer looks. Thus, one ruse leads to another. Not that these robes are only good for conjuring a story. The enchantment is far from spectacular. But on occasion it does help me conserve magic. Unfortunately, I'm not familiar with bound armor spells. And I've yet to find a book on the subject in my travels across Skyrim. Mhm. Imitation robes. It is some sort of black market operation. Most robes like defense anyway. You need alteration to steer your flesh. Bandits are an excellent form of exercise. You should be lowering them. You should do your duty and clear an area of bundled scum. It's also cheap. What about bound armor for protection? What about bound armor for protection? That makes it sound so sinister. Like some place you buy fur coats make from kajit belts. Nothing was hurt in the selling of this road. Well, maybe the college's reputation. Well, I know about it. A real master of the limiter. Robes from Winterhold, fake scimitars from Hammerfell. There is nothing this craft room can't replicate. Well, except for personality. I was going to go for something more subtle. Like a river mount and a cliff racer. But I thought the people might miss the analogy. And besides, there wasn't enough room on my glory to begin with. So I decided to paint my face instead. A dash under the eyes helps with the glare. So does a hook. Okay, okay. What about the general? Do you know if there is any significance to war paint? As a high elf, you must have an opinion of under Tamar. Well, in some parts of Tamariel, war paint is seen as a tribal mark for warriors. In others it can be a family crest, an artistic splash or just too much makeup. Of course, excessive makeup is traditionally a sign you will serve as wealthy nobles for gold. And before you ask, my price is 100 septums and no kissing on the mountain. Okay, maybe once or twice. But no time. I don't know. Is it a jest or do you fancy other males? That's a shame. I don't just... Maybe with a better design it would look fierce. Your looks like whiskers. Males. Females. Beasts. Goats. The list goes on and on. But confess I don't like billies. You're not a billy, are you? Well, if you are, I'd still do it. But it's going to cost extra. Was ist das? Ist das eine unlaufliche Ruhe? You're not exactly the serious elf, are you? High elf is a sense of humor. I like you. Good. Skyrim could use more of it. Humor and sense. Yeah, of course. I wanted to know the other options. Before you ask, my price of 100 Septons and no kissing on the mountain. Maybe... Hey, I didn't study Warpaint application for 10 years at the Lathander School in Chaberdal to be mocked by an amateur. Good day. At least that's what I'd say if I didn't think whiskers were a compliment. Which they are. You're not exactly the serious elf, are you? Oh, I'm serious about a lot of things. I'm absolutely dedicated to not taking life seriously. What's going on? 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 Before you ask, my price is 100 Septons. Not that it doesn't form an appealing visual, but if we actually did joust with our tongues, we'd likely crack our skulls. And I don't even own a horse, so there's that. Yeah. Good. Skyrim could use me a little bit. It's a Tarmor. You must have an opinion on the Tarmor. I do. They're tall, punctual and have good posture. That's not what I mean. And I guess that means you're not a Tarmor. Yes, the Tarmor invasions are always on time. Oh, I know. But I learned that discussing politics and religion is an exercise in P-10. I'll just evade the question, thank you, and focus on more agreeable questions like the weather, the temperature and the local food. Just try and disagree with me on the weather. See? You can't. No, you already have something. I don't want to be a third wheel. I mean, the fifth wheel. I mean, the fifth wheel. I mean, the fifth wheel. Also, Carriage. Oh, Stahlwaren? Ähm, wenn du doch Grabräuber bist, warum nimmst du das dann nicht? So, ich mein ja nur. Nein! Ne, wir versuchen's. Wir versuchen's. Mit zwei. Ja. Essensschwert, Gold. Äh, hier stoppt's Heldennutz. Hoeeey. Haben wir das jetzt echt hier gemeistert quasi? Ja, wo abgeschlossen. Kriegen wir da jetzt noch irgendwas für, oder? No. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, joa, umfangreicher, die Suspicious of Quest. Unterhalte dich mit Greta. Ja, das ist ne Bug-Quest. Bringe Tollkirschen-Extrakt zu Wuhnpferd. Der Unlebendige. Äh, äh. Ziere Violas, Goldringen, Viola, Giordanos Haus. Giordano, wahrscheinlich der jener, ne? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Das war das, wo ich extra quasi die, oh ne, nicht Palasterkundige, wo ich, äh, die, ähm, ähm, ihr Kriege sah ja irgendwas aus dem Grauen Bezirk, ähm, ja. ein bisschen verfälschen sollte. So. Ich glaube, jetzt aber gehe ich hier auf den Markt. Sachen verkaufen. Ja. Hätte ich nicht noch mehr? Hätte ich nicht so ganz viele Finnslaute. Granatsteine. Warte mal. Redekunst. Ach, ich habe das ja noch nicht. Ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich euch zwei Folgen lang oder so. Danke. Danke. Jetzt habe ich in der Ehrglauben gelebt. Ich könnte in jedem alles verkaufen, aber das wäre ja gar nicht so. Ja, genau. Hier der Friedhof, wo sogar Blut auf dem Boden rumliegt. Also so schön. Und meine Güte, überall hier ist Blut. Na klar. Ja. Ich glaube, es hackt, oder? Noch ein Experten-Schloss. Das sind zwei Stück in einer Folge. Wie ich denn knacken würde. Wo kriege ich... Wo kriege ich nicht hin? Also, kriege ich schon hin, aber... Ich glaube, wir haben es ja ganz grob. Nein. Ist das überhaupt die größte Schwierigkeit für Sachen? Also, ich meine, beim Spiel gibt es ja noch die Schwierigkeit legendär, aber... Ich weiß gar nicht. Ach, die Scheiße. Erst mal gucken, was passiert, wenn ich mit der Räder... Ihr habt hier nichts verloren. Kann ich da irgendwas klauen? Schlüssel. Okay, ich will ja nicht... Ähm... Ne, hier. So. 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 Und dann ist diese Folge auch schon vorbei. Ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.